Herzlich Willkommen zu Victoria TV. Ihr seht richtig, wie Kegeln beim MTV heute. Heute habe ich zu Gast unseren Marco. Marco, grüß dich. Hallo, servus. Marco, das erste Training heute auf der MTV Bahn. Perfektes Kegelwetter. Wie fandest du heute die Temperaturen? Ja, es war extrem warm. Also man hat, glaube ich, den ganzen Körper geschwitzt. Die ganze T-Shirt war nass und ja, sehr anstrengend. Aber mit den Bahnen kann man echt zufrieden sein. Also habe ich davor Schlechteres gehört. Die Bahnen, ja, die Bahnen sind toll. Nächstes Jahr wird die Bahnen leider abgerissen. Wir haben dieses Jahr die Möglichkeit, darauf zu trainieren. Findest du es gut, auch auf härteren Bahnen zu trainieren? Oder sagst du, TV 1860, die Überbahn? Was ist so deine Einstellung? Ja, ich finde, wenn wir auch auf so härteren Bahnen trainieren, sind wir flexibler für die Saison, weil auch manche Auswärtsbahnen bestimmt auch härter gehen werden. Und ich finde, so können wir uns auch ein bisschen darauf einstellen und auch gut für die Auswärtsspiele vorbereiten. Du trainierst jetzt schon öfters in einem ganz besonderen Trikot, habe ich gesehen. Du bist Klubfan. Jetzt mal so die Frage von Viktor an dich. Dein Vorstand ist Spielvereinigungsfan durch und durch. Wie kommt er überhaupt damit klar? Ja, der Vorstand ist jetzt nicht so begeistert. Aber ich habe das Gefühl, dass langsam bei der Viktoria auch viele Klubfans da sind. Wir machen hier gleich mal den Schnitt rein in dieses Interview. Marco. Ich bedanke mich, dass du da warst. Ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg im Verein. Macht weiter so. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Also, das war es wieder von ViktoriaTV. Wir sehen uns. Ciao.